Der Schiedsrichter, er pfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Giancarlo González, Acosta, ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt die? Humana, Reumiller, Suárez, Achtung, er macht Tore in Serie. Arrevalo Rios, Ja, da kommt was auf uns zu. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Kasseles. Kamabi. Links ist alles offen. Geht er rein? Wir gehen neben das Tor. Achtung, Und kein schandler Basketball Lennox. Du kannst es weiter. Ja, das könnte was werden. Toller Pass. Und jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Suárez. Rodriguez. Caceres. Kamani. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Tejeda. Ramboa. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Reumiller. Ruiz. Da hat der Gegner überhaupt kein Problem, diese Flanke zu entschärften. Da hätte er auch Schwierigkeiten kriegen können, aber er hält ihn fest. Borges. Borges. Tejeda. Dieser Angriff müsste jetzt eigentlich über die rechte Seite laufen. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Rodriguez. Lodero. Godin. Und dieser Ball geht in Richtung Luis Suárez. Lugano. Maximiliano Pereira. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Suárez. Schnell, steil gespielt, aber der Gegner ist am Ball. Giancarlo González. Und der Schiedsrichter entscheidet. Freistoß. Auch so kann man sich befreien. Rodriguez. Kamami. Achtung, hier bandt sich vielleicht was an. Ruiz. 0 zu 0. Das ist das Ergebnis zur Pause. Aber das kann es ja wohl nicht gewesen. Jetzt geh hier nicht rum, Buschi. Sag mir lieber deinen Eindruck der ersten 45 Minuten. Den geh nicht dir. Denn genau so war das Spiel. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Neumieler. Arriba Lorios. Rodriguez. Komami Komami und jetzt der räder und wenn jetzt die flanke noch gut kommt der schiedsrichterassistent zeigt an eckball wird es geben so nun gibt es gleich mehrere auswechslung kassel 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 Vielen Dank.